Ganz großes Thema, wir reißen es nur ganz kurz an. Kindergarten, da kamen ganz viele Zuschriften und ich halte die Frage mal ganz allgemein, die sich auch an den Fraktionsvorsitzenden und an die Ministerpräsidentin richtet. Und zwar, die Kommunen haben Kindergärtner eingestellt. Wird das Land sich denn auch an diesen zusätzlichen Kosten beteiligen? Fragezeichen. Ja, das tun wir natürlich. Wir haben ja erheblich die Mittel aufgestockt, zum einen durch die Aufwandspauschalen und zum anderen durch den kommunalen Finanzausgleich, wo wir insgesamt im Vergleich mal zum Ausgang 90 Millionen mehr in etwa, so habe ich die Zahl in Erinnerung, für diese Aufgabe reintun. Allerdings bezuschussen wir nicht direkt Personalkosten, sondern von den Gesamtaufwendungen, die ja auch nochmal im Blick auf das Jahr 2010 spitz abgerechnet ermittelt wurden, sodass da die Finanzierung im KFA gesichert ist. Das Problem ist nur, dass wir an das Geld jetzt nicht einen Zettel dran machen können und sagen so, das ist das Paket Kindergarten, Kindertagesstätten und das geht so durch und fließt dann genau auch so spitz in den Kindergarten rein. Sondern wir haben ja einen sehr komplexen Mechanismus von kommunalen Finanzausgleich, wo die Kommunen natürlich sagen, das reicht alles überhaupt nicht, was das Land macht und das ist alles überhaupt nicht ausfinanziert. Aber gerade im Blick auf den Kindertagesstätten und auch diese Standards, die da mit verbunden sind, die uns sehr, sehr zu schaffen machen, haben wir diese Geldmengen bereitgestellt. Vielen Dank für die Antwort und das war auch fast das Schlusswort. Ich habe...